Wie geht's, wie steht's, wir sind zurück zu The Walking Dead 400 Tage Spezial 400 Tage, was geht das jetzt hier Ich schaller die die Oren weg, pass auf Wait So Wir haben längeren Schaltdings Ja, weil das hab ich beim letzten Mal nicht gemacht Ich hab nur die erste Episode durchgespielt Keinen Bock mehr Verstehst du ja überhaupt nichts Ich kann das noch lauter machen Also das ist nicht das lauteste, es geht noch lauter Kein Problem, ich hab da meine Möglichkeiten Dann ist das bei 5%, als wir es auf 200 haben Starten wir mal mit dem Special Das ist mir neu, dass sie das macht Geht's, wie steht's An der eine Prozent Hast du Glück gehabt, sonst Kommt mir Fell weg, ne 200 Days Geht glaube ich so ungefähr eine anderthalb Stunde Das sind so viele Charaktere, die man spielt Dienstag vielleicht bis zu Hause Du, deine Mutti? Ja Ein Strauß wird auch vermisst Heißer Naja, war ja so Dienstagmittwoch immer Achso Das sind übrigens die Charaktere, die man spielt Äh, es sind 5, es sind 5 Warum sind das 5? Na gut Fangen wir an Mit Winke Schnauze Hat er sich gedacht Oh, den Drugstore kennt man Mach mal Mülleimer Schnell weg Das Dach wäre vielleicht die bessere war gewesen Ich weiß es nicht Muss ich laufen? Muss ich irgendwas tun? Okay Hm Wolleimer wohl keine gute Idee Nun ja Konnte man vorher nicht wissen Wie kann man auf 5% genug hören? Wenn ich auf 5% stelle Hör ich gar nichts Ah, du weißt Er hat damit angefangen NIEH 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 Du sagst mir, dass es keine Star-Witnesses gab, in deiner schwarzen Vans? Ich bin schockiert. Du warst verabschiedet, Danny. Du musst das nicht wahrnehmen. Oh komm, Vince! Das bedeutet nicht, dass ich es getan habe. Mein Beleidiger wird es hören, wenn du das anrufst. Ja, wie gesagt, wenn du das anrufst, wenn du das anrufst, wenn du das anrufst. Genau. Man hat irgendwie ihn jedoch nicht. Geht so. Wie immer. Sonst beschissen. Die beiden haben gerade eine Bromance. Das habe ich doch gespürt. Oh. 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 Ja gut, hast du ja auch noch. Mittwoch. Mittwoch. Hallo. Bruno. Genau. Fuck Wall Street. Fuck Wall Street. Fuck Wall Street. Fuck Wall Street. Da haben wir auf jeden Fall schon unseren Kampfschrei. Fuck Wall Street. 100 Millionen? So. Mal was abgeben. Ja. Gut, den kannst du auch abends machen, oder? Also. Du hast halt immer die Frage, man weiß ja nicht, ne? Woah. Damn. Das ist so großartig, Mann. Ah, das ist nicht schlecht, Mann. Was denkst du, Justin? Was denkst du, Justin? Was wabst? Wabst du schon? Ja, mach dich, Mann. F*** Sie, Mann. Dass du so großartig kaputt bist. Ich muss gar nicht sagen. Ja. Ja, komm. Hey, komm komm da hin, Mann. Was hast du da? Was hast du da, Commit? Hey, komm komm komm, Mann. Der *** kramptricht. Mann. Der *** kramptricht. Ja, komm komm da down. Mann. Verdachtigung, Mann. Komm, Reiner! Also anscheinend hilft es nicht, wenn sie sagen, er soll aufhören. Ach komm! Was soll man jetzt machen? Okay, das eskaliert aber mal. Ganz anders. Na gut, er hat zumindest keine Kopfschmerzen mehr. Okay, okay, calm down. Take it easy. Quit waving that thing around before you get someone else killed. Oh, you gonna get smart with me now? Vince! It's okay. Just back off. We all need to take it down a notch. You really want to pull that trigger again, son? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Thanks, man. What the fuck? Did you see that? I saw it. Yeah. Hey, you gotta get us the hell out of here. We're not going anywhere. Fuck yeah. Get this bus moving. Hey, driver, let's go, man. I said we're staying right here. We're safe inside the bus. Genau. Sicher. Der haut jetzt ab. Das wird helfen. Der reißt dich den Fuß ab. What do you think, Vince? Come on. We gotta do something. I'm trying to think. You better think fast, man. Find a weapon. Right, man. Yeah. Where's the card's gun? Yeah, you have a gun. Good thinking, Justin. Where the fuck is it? I think he fell on it. It's underneath him. Oh, fuck me. Super. Cool. Get the gun, man. Get up, Vince. Ja, klar. Kein Problem. Man schießt sich erst hier in den Kopf. Und dann euch anderen auch. Dann seid ihr weg. Oh. Oh. Oh, ich kenne sich. Oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. als ob er kann ja gut er ist ja wahrscheinlich der der auch hier ab und warum aber das bringt doch gar nicht im film klappt das immer also es bringt nichts aber der will ja auch der will dass wir hier die bromance muss ja bleiben ich will doch gerade probieren du warst noch mit dabei bist du dumm die fußfessel die sind doch nur zugeschneit die kannst du einfach aufmachen moment war das nicht sein idee mit den fußfesseln durchschießen und da war das seine idee ich glaube das war seine idee mit den fußfesseln und schießt seinen fußfesseln es war seine idee oder die oder war das die von wegen ich hab's vergessen ich habe nichts zugehört du bist ein bisschen echt mehr dafür deswegen bist du auch hier wie habe ich jetzt keine zeit mit zu überlegen das war seine idee dann schieße ich mir jetzt was für seine idee wobei der mir eigentlich mehr hilft dass der andere das war seine idee er hätte aber auch bock drauf so seine fußfestes gelöst war das auch hart und das war's schon mit der ersten episode von winke die sind halt wirklich kurz deswegen gibt das ja alles auch in einem ding alles zusammen also später dann als video natürlich hier muss man schnelle entscheidungen treffen und die sind auch miteinander irgendwie verwoben 41 einfach mal nur in recht halb übersprungen mann was da was da nicht mean to do it just happened okay you're putting that on me now i didn't see the guy either i was to worry those dudes were gonna pull guns on a shit also eigentlich war das auch eine dumme also war ja egal aber wir können überschließen kummer ja wir treffen ja richtig gut nicht ausgeschossen gleich auto weg so einfach geht das nämlich die falsche brille und der brille sich gar nichts das ist eine gute idee abends habe ich auch schon mal gemacht würde ich heute nicht mehr machen ist ich bin nicht klug ja aber du siehst auch nichts Ich glaube nicht, dass es mir ist. Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Man, ich bin einfach... Man, das ist so verdammt. Wie viel verdammt kannst du heute Abend rausziehen, Mann? Turn die verdammten Lichter auf. Verdammt? Was? Das ist smart, Wyatt. Die Leute werden uns nicht finden, mit den Lichter auf. Wir können es nicht sehen. Ich kann es sehen. Ich kann es sehen. Es ist okay. Oh Gott, ich kann nicht glauben, dass wir in dieser Scheiße sind. Keine Ahnung, bitte. Diese Straße ist wirklich straight. Wir werden gut. Das war ein Unfall. Einfach ein Unfall. Okay, es war doch kein Unfall. Schade. Genau. Licht ausmachen, aber hupen. Mhm. Mhm. Look, Wyatt. All I know is those guys had me all... Jacked up, like I was on speed or something. I was just on edge, you know? Then I was like watching that guy's brains come out of the back of his head. Sorry, Mann, I... Ja, danke. Na doch, also man kann schon sehr weit gucken, finde ich. Also das reicht auch. Gut, da würde das Licht jetzt auch nicht viel bringen. Jetzt mach das wieder an. Na doch. See, it's fine. Road straight is my dick. Was sagst du? Meiner ist nicht kerzengerade. Der sieht eher aus wie ein Torbogen. ... Der Blick, hm? Hahahaha. Genau, und darauf kommt dann, wieso hattest du keine Freundin? Nee, bei Frauen ist das schlimmer. Kann ich bestätigen. Oh mein Gott, wirklich? Aber ist es kein Wee? Du kennst eine Zeit, ich war mit einer Frau, Abigail. Sie hat mir gesagt, dass sie 5 Jahre alt war, und ihr Vater hat sie auf der Circus' Seite gezogen. Sie haben einen Moment gesehen. Ich sehe, dass sie die Kugel mit der Kugel ist wahrscheinlich mehr wichtig. Danke. Okay. Weird, aber okay. Ja. Komplett weird. Alter, fahr doch einfach weiter. Also mittlerweile müssen die ja wissen, dass da so Leute sind, die komisch sind. Ach so, es geht um, ob er lebt oder nicht. Nee, ist der Tod, ist egal. Ja, aber brauchen wir doch gar nicht im Seitenspiegel. Scheiße. Erstmal Radio anmachen. Lass mich doch noch ins Handschuhfach gucken. Ja. Wie sicher? Sehr sicher. Nicht ein Burrito und auf einen Rollercoaster. Jesus. So, okay, wenn er sich so sicher ist, dann... Ja, offensichtlich ja nicht, sonst hättest du ihn ja nicht mehr fahren. Ich geh, komm. Let's go. Give me the gun. Dude, I'm the one who got us end of this. I'm the one who hit. I'm the one who hit. Should be me. To public. Why did you ask, which one of us should go? Oh, sorry. Next time I get into this exact crazy fucking situation, I'll figure out how I feel before I talk. Okay. Well, shit, okay. Here, we'll rock, paper, scissors for it. Okay. Es ist doch, warum soll man jetzt sagen, nee, man hat ja schon gesagt, man geht raus. Und er sagt, nee, ich geh. Und jetzt wollen die spielen? Ich verstehe das alles nicht. Muss ich irgendwas machen? Dann. Ha, gewonnen. Hä, warum denn best of three? Fähre. Scheiße, ich hab verloren. Okay, ich nehm nochmal Schere. Ich bin so einer, ich benutze immer das gleiche. Wir wollen's spannend machen. Okay, ich hab Stein benutzt. Ich wollte eigentlich Schere benutzen. Aber er hat auch Stein benutzt, der kleine Pisser. Er benutzt bestimmt nochmal Stein. Ich wusste es. So, jetzt erschieße ich den und sag, er soll rausgehen. Oder auch nicht. Na gut. Ich weiß zumindest, was ich als nächstes spielen kann. Also, wenn ich mit der Reihe durch bin, ich weiß nicht, ob ich die anderen Theta Games auch nochmal mache. Ich hab mir was vorbereitet. Hat gestern echt ein paar Stunden genau, bis das alles funktioniert hat, ey, mit den Mods. Wenn man das spielen kann, vernünftig. Ich... Siehst du nicht, wie hurry up ich bin? Ja, richtig. Ich bin also richtig fix unterwegs hier. Guckst du dir an. Okay, dann. Also, ein bisschen schneller können wir echt laufen, ne? Oh, warte mal, ein Rucksack. Den, 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 also, den könnte man. Eigentlich. Ja, wenn er einen Rucksack hat, war er bestimmt am Leben. Zoll mich tragen, keine Rucksäcke. Wüsste ich zumindest nicht. Hab noch nie einen gesehen. Das ist kein liebender Mensch. Das ist kein liebender Mensch. Du musst mir antworten, Mann. Wenn du ein Mann bist, dann will ich dich nicht schreien. Bitte, sagst du etwas, Herr. Ich bin nicht sicher, ob du mitten, oder nur ein Rucksack, Mann. Alles. Das ist der Polizist. Oder? Mein nicht. Kannst du mich hören? Das ist, glaube ich, der Polizist vom, ganz vom Anfang, von Season 1. Der Lee ins Hädchen bringen wollte. Da ist nichts. Das nimmt er die noch mit. Ich hätte ihn da gelassen. Einfach auch. Ey, ganz ehrlich, was soll man denn machen? Der ist doch tot. Also, der überlebt doch nicht. Wie sollen wir den denn heilen? Sie sind immer kein Arzt dabei. Ey, ich würde aber jetzt mal auch rennen, ne? Okay, vielleicht hält die Pampers nicht mehr. Wäre natürlich durchaus denkbar. Aber ich wäre gerannt. Also gut, ich jetzt nicht, weil Rennen ist, glaube ich, schwierig. Wobei, in der Situation vielleicht auch egal. Adrenalin und so, du weißt, aber... Oh, Knopf. Oh, oh. Dieser Mann ist wieder zurück. Steht aber einfach nur rum. Oh. Warum kann er denn nicht reden? Oh. Und laufen. Ups. Na ja, Rennen und Laufen sind immer schwierig. Das schwimmt schon. Und sie in die andere Richtung. Alles klar. Ich glaube, das war es dann auch mit Wyatt. Ob er überlebt hat oder nicht, ist auch scheißegal. Aber ich glaube, man sieht die irgendwo alle nochmal wieder. Wir gehen jetzt auch schön der Reihe nach... Der Reihe nach halt. Ne? Oh. Machen wir. Er hat immer nur ganz kurze, kleine Passagen. Ja. Die gehen irgendwie so in die 20, 15 Minuten oder so. Wait. Tag 2, 136. Michelle, deine Sister ist ziemlich gut, hm? Becca hatte einen guten Lehrer, Steph. Danke, dass du das machst. Sie braucht etwas, was auf die Fokus zu fokussieren, außer, du weißt, und alles andere. Ja. Growing up in einer Welt wie dieser? Was denkst du, was das für ein Kind tut? Ich glaube, wir müssen sie natürlich nicht vor, weil Sie so einfach verletzten, was sie verletzten. Ich glaube, dass Sie so richtig verletzten, was sie sehr interessiert haben, was Sie selbst verletzten, wenn Sie so rechtlich haben, aber ich schätze mich. Top. Richtig, das Konzert. Rock'n'Roll. 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 Ich glaube auch, später kommen die anderen auch nochmal irgendwie rein. Deswegen ist das ja nicht so unwichtig, dass die Sachen sicher gemerkt werden. Ja, scheiße, warum nicht? Wenn ich bereit bin. Hm, eine Taschenlampe im Kornfeld, die liegt da noch rum, denn es ist Sommer, Herbst, wenn er Frühling und so. Okay, nice. Thanks for so Gespräch. Wo möchte ich jetzt eigentlich hin? Ach da. Ansehen, Wand. Okay. Schöne Wand, also Mensch. Noch nie sah ich ein wahrlich schöneres Stück Wand oder so. Tschüss. Macht nichts, zustechen kann man immer noch. Frage. Alles voll schrutscht. Ach so, hier lang. Okay. Nee. Ah. Ach so, das kann ich... Ach so, das ist schon auf. Ha. Na gut. Hey Becca, think we should start charging for the inspections we make? Oh yeah, then we can spend all our money at nowhere. Spend all the money. With a kacke. So, mal gucken, was da... Erstmal gucken. Ja, ist richtig. Auch hier, safety first, ne? Es kann natürlich sein, wenn hier ein Feuer ausbricht. Feuerwehr könnte ein bisschen länger dauern, bis die kommt. Da kann ich relaten, auf jeden Fall. Da kam schon länger nichts mehr raus. Das ist richtig. Aber mal umbrüllen hier, ne? Nicht, dass es anbrennt. Da ist aber auch jetzt. Können wir uns nicht übertreiben. Das ist doch ein Gasherd. Das ist doch ein Gasherd, so wie das aussieht, oder? Mit dem. Das müsste mit Gas funktionieren. Als ob Gas noch funktionieren würde. Kann ich mir nicht vorstellen, aber gut. Wer weiß da schon. So. Ist die Frage, wer ist das eine Runde Bumschakalaka, oder was wieder? Also, ich bin nicht erinnert. Ich habe nicht erinnert. Oh, startet uns weg in hier. Danke Gott, wir haben jetzt ein Garten. Ui. Hallo. Da ist er wieder. Weil wir dem mit White nicht geredet haben, hätten wir dem geholfen. Wäre wahrscheinlich trotzdem da. Keine Ahnung. Das ist wunderschön. Ich kann dich nicht mit dir sagen. Du kennst, deine Frau sagte, dass du das nicht interessiert. Roman, wir haben darüber gesprochen. Bekka braucht es nicht mit diesem Thema. Ich weiß, du denkst, dass sie eine einfache Leben ist, was besser ist. Das ist wirklich nicht. Das ist weit weg von einer einfache Leben, Roman. Du kennst das, was ich meine. Sie muss wissen, wie wir uns in dieser Welt leben müssen. Als sie weiß, wie sie sich schützen, ist es okay. Ich will nicht, dass sie sich über die Menschen verhindern. Okay. Was ist das, Aiden? Ich weiß nicht. Ich werde es sehen. Ich muss zurück nach vorne kommen. Ich freue mich auf das, too. Suppe. Es gibt lecker Suppe. Ich rede jetzt mit dem. Warum müssen die so nah rangehen? Du kannst dich doch von da unterhalten. Das ist doch gar kein Problem. Na gut, dann nicht. Warum ist da auch ein... Achso, die sind alle angekettet. Um die anderen abzuwehren, oder was? I don't know. Ein bisschen blöd, dass man die Kamera nicht drehen kann. Achso, die dreht sich selber. Aber man müsste sie auch selber drehen können. Das wäre cool. Weil ich weiß ja nicht, was jetzt da auf mich wartet. Außer nichts. Okay. Äh... Ja. Ist doch gut jetzt. Mein Gott. Chill doch mal. Also chill doch mal jetzt. Ist dein Darm da auf und dann ist gut. Mann, Mann, Mann. Ich halt... Ne, hier gehe ich auch nicht lang. Okay, ich gehe wieder rein. Tschüss. Ich habe es versucht. Die wegshaust. Joa, was ist dein Problem? Ich mache das immer weiter. Du kannst dich nicht immer aufzumachen. Sie ist nicht aufzumachen. Ich bin entschuldigt. Es ist... Es ist nur ein Hinweis. Ich denke, sie gefunden einen Papier. Ich finde, sie gefunden einen Papier. Ein Papier? Ja. Ich denke... Ich denke, sie ist einfach nur eins. Das war so klein. Du denkst nicht mehr über Kinder, aber nach einem Zeitpunkt, du akzeptierst, dass das alles ist. Ja. Ich glaube, du vergessen. Genau. Aber dann, du weißt, da ist es. Du siehst, und du willst es schützen, und... und jetzt ist es weg. Ja, gut, aber es ist ja schon tot. Also... Roman, wo bist du? Komm schon, wir müssen Roman finden. Ich will ihn nicht. Ich will ihn so sein. Jesus. Lass ihn. Mein Gott. Was hast du gemacht? Alles ich habe, war es auf der Bühne und steigern seine Brüste. Niemand hat ihn gebeten. Er hat bereits die Bühne und Bühne. Die Watchdogs haben ihn versucht, zu holen. Er hat ihn gebeten? Nein. Er hat ihn nicht so gut gemacht. Was er hat er? Food. Medizin. Alles was er sein kann. Es ist normal. Ich kann nicht mehr Informationen aus ihm aus. Ich glaube, er spricht Englisch. Ich kann nicht glauben, dass er in den letzten paar Wochen ist. Das ist das zweite Break-In, die wir hatten in den letzten paar Wochen. Der letzte Mal, wir konnten ihn nicht aufhören. Und sie wurden mit mehr Medizin, als wir können zu verlieren. Wir wissen alle, was es ist, versuchen wir zu überleben. Er kam hier nur für Essen. Wir geben ihm etwas. Wir senden ihn auf dem Weg. Aber was haben wir mehr davon? Er könnte sein. Er könnte sein. Er könnte sein Teil einer größeren Gruppe. Er könnte sein. Wenn es mehr gibt, ich glaube, dass wir ihn sehen würden. Ich meine, niemand mehr nur aufhören kann. Wir können ihn nicht einfach weg. Es ist zu gefährlich. Wer weiß, ob er seine Freunde hat, um zu attackieren. Äh, aber den hat man doch auch nicht gesehen. Das ist wunderschön. Das bedeutet nichts. Er bleibt nicht hier. Du lässt ihn ein Wunderschön und alles beginnt zu zerbrechen. Die letzte Mal, als wir das gemacht haben, haben wir Brie verloren. Und dann mit dem verdammten Boot. Ich kann noch nicht glauben, dass wir diesen Mann uns so gefährden lassen. Wenn der Mann Lee mir gesagt hat, dass ich die Bälle nicht hatte, hätte ich ihn auf dem Platz geschlagen. Jetzt sind die aus dem, äh... 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 We're letting him go. It's the only right thing to do. I'm telling you, we can't do that. But killing him? Is that really the answer? Uh... Stephanie, Boyd, you two don't think we should kill him. We know where Joyce and Clive stand on the subject. You're the swing vote here, Shell. What's it gonna be? Boah. Ah, das ist doch scheiße. Boah. Das ist doch scheiße. Und man hätte ihn jetzt auch fesseln können und... ich will nicht ask you to watch. But if we do this, we're all in it together. If this ever happens again, I'm gonna be one of you pulling that trigger. Oh, guck schön hin, Kleine. Tag 259. Do you have any fours? Nope. Do you have any sevens? Yep. I miss playing guitar for everyone. It was stupid, but fun. Why don't we do that anymore? After we had to kill that guy, there's a lot we don't do anymore. I wish things were still like they used to be. Well, Roman's too focused on making sure no one's able to break in again. You know that's impossible, right? Well, after last time. Roman isn't taking any chances. Then I should fix the loose board behind the storage lots. Becca, are you sneaking out again? Oh God, do you know how dangerous that is? It's not dangerous. There's nothing out there but slow-ass walkers. What are you talking about? We've had two break-ins already. Anyone could be out there. What if someone sees you and follows you back here? They won't. Damn it, Becca. Michelle, I need to talk to you. It's open. What's going on? Hey, Becca. Hey. When you get a sec, I need you to come out and talk to me. It's important. Okay. I'll be outside. You'll see me. Is this about Becca? Just come see me. Yeah. What was that? I could say yeah. Probably nothing. Don't worry about it. He said it was important. Yeah, well. These days everything is important to Roman. Stay here. It'll be just a minute. I'll fill you in when I get back. Hello, Mara. Was machen sie da? Komm mal her. Mach Platz. Where do I go into? Das Blut. Mach mal Platz. Musste nicht die ganze Zeit stehen. Wir gucken uns das Blut mal an. Ich habe zwar keine Ahnung wo ich hin muss, aber das macht ja nichts. Ja, gut, jetzt ist es irgendwie zu spät. Ist ja natürlich auch schwierig, was willst du machen, ne? Ich meine, letztlich ist es eine Gefahr für die Gruppe gewesen, ne? Man hat auch bedenkt. Ich habe gesagt, wenn wir diesen Mann zu töten, sind wir über einen gefährlichen Weg. Und jetzt, wo wir sind. Ich gehe mit Roman. Nein, nein, einfach Becker und weg von hier. Du wirst, dass ich das nicht tun kann. Die Dinge sind gut hier. Wir müssen einfach zusammenhalten und folgen die Regeln. Aber nicht etwas schreckliches. Es sieht gut aus, Boyd. Danke. Okay. Ich rede nur mit ihr. Wo sind die anderen eigentlich? Also einer müsste ja noch irgendwo sein. Hey. Ich gehe alles mit dir. In die Backe. Hey, aber wenn die weg will, dann lass sie doch gehen. Die kann doch machen, was sie will. Wahrscheinlich. Also anscheinend ja nicht, aber. Ach, da ist er. Gut, du bist hier. Ich habe gehört, über Stephanie. Ich bin sorry. Was werden Sie tun? Du weißt, was wir tun. Was hat sich passiert? Wir haben gedacht, sie zu erlangen. Also, was ist das, Roman? Ich sage dir das, richtig? Ja. Du sagst, dass nächste Mal, es muss einer von uns sein werden. Du hast mit dem, letzte Mal. Du warst nicht überzeugt, dass es die richtige Sache ist. Jetzt muss ich wissen, dass du mit uns bist. 100 Prozent. Wir sprechen mit ihr zuerst. Wir sehen, ob wir sie mit ihr sprechen können. Nein. Sie hat versucht, uns zu entfernen und uns ohne irgendwelche Medizin oder extra Ammo zu verlassen. Sie wusste, das könnte die Todes eines von uns bedeuten. Wir geben ihr eine zweite Chance. Sie könnte nicht versuchen, sich so ruhig zu verlassen. Hast du deine Schuhe? Es ist in der Kampfer. Ich gebe dir ein paar Minuten, um deine Hände zusammenzubringen. Gott, was sage ich Becca? Das ist auf dich. Alles, was du sagst... Ich bin ein bisschen übertrieben. Aber okay. Ich bin ein bisschen übertrieben. und versucht zu überleben. Oh mein Gott! Warum hat sie das gemacht? Roman sagt, wir müssen sie töten. Ja. Warum hat sie das mit uns gemacht? Sie ist einfach Angst. Sie hat einen Fehler gemacht. Das wird unsere letzte Fehler gemacht. Bekka, Stefanie ist deine Freundin. Sie war meine Freundin. Roman möchte ich das machen. Oh, sorry. Mach du das doch! Deine Kugel ist da oben. In der Schraube. Bist du okay? Willst du darüber sprechen? Nein, ich nicht. Ich will es einfach übernehmen. Du weißt, wir müssen das nicht tun. Wir können einfach gehen. Was? Wir haben uns selbst überlebt. Wenn wir einfach gehen, können wir hier raus, bevor jeder etwas über das tun kann. Bin ich mir nicht sicher. Aber die Gruppe wird sich auch immer kleiner. Nein. Ich weiß nicht. Du weißt, die Regeln. Wenn wir versuchen zu verlassen, Roman wird uns unterbrechen. Wir haben keine Wahl. Das ist das, was wir jetzt sind. Ich will das, was wir sind. Ich will das, was wir sind. Nein. Nein. Ich werde es machen. Du musst nicht immer so etwas machen. Ich brauche nur einen Moment. Das ist wirklich so. Ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob da jetzt einer von draußen kommt, eine Gefahr ist, oder ob jemand sagt, der möchte gerne gehen. Ja. Zeit. Also dann, meistens. Wir können ihn auch gehen lassen. Aber gut. Du hast doch keine andere Möglichkeit, ne? Man kann abhauen, oder du machst das. Aber sie macht es halt für ihre kleine Schwester, um sie zu schützen. Mal auch sagen. Ich weiß nicht, ob ich versucht hätte, ihn zu töten. Tut mir leid. Ich auch. Ja. Die Übersetzung ist einfach auf Gold, ey. Und das war das. Wer nimmt das eigentlich an? Weiß man nicht. Tag 184. Es gibt, glaube ich, auch eine richtige Reihenfolge, aber das ist auch scheiße. Ja. Kein Problem. Grad waren es 100, jetzt 105. Ich dachte, wir kommen näher. Wir gehen irgendwie weiter weg. Ja. Unbewaffnet. Respekt. Mal ein halbes Jahr überleben. Oh. Den kennen wir doch. Ich bleib hier. Klar. Ist bestimmt ein netter Dude. Und dann gibt's Arschärger. Aber wir alle wissen, was das heißt. Arschgeiger heißt das. Ist auch ein schöner Name. Ja. 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 Man weiß ja auch nicht, ob die geklaut haben. Irgendwas werden die ja gemacht haben. Mich hat es gut. Ja. 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 Das ist kein netter Typ. Vielleicht auch doch, man weiß ja nicht. Nathan Drake, Junge. Ja, komm. Scheiß auf Regeln. Einer mit. Good shit, ain't it? Hell of a kick, but it takes the edge off. You'll get used to it. Actually, I think that's it for me. I'm good. Alright, bye. You want to tell me about where you come from, at least? Must have been with a crew. Any tailback where you come from? Maybe drop me off and do a double back. Vielleicht würde ich jetzt küssen. Das Ding gibt es ja auch den Fim-Zieb. Das Ding gibt es ja auch den Fim-Zieb. Er... er... Lass ihn aus, Paco. Wir werden diese Leute töten und holen diese Sachen, oder was? Dann BANG! Sie werden sterben. Auf jeden Fall, ich konnte es nicht so machen. Für die Wochen habe ich meine Scheine und habe gedacht, dass ich für Grans alleine kann und versuchen, meine Familie zu finden. Ich habe aus dem Weg. Ich konnte es nicht so leben. Ich konnte es nicht so leben. Niemand hat sich mit der Frau, dann? Nein, sie haben... Was hast du immer? Strong Six. Just erzähl mir etwas über sie. Wie war die Rat? Gib mir etwas, etwas. Nur ein Geräusch. Russ, ich mache dir hier eine Service. Ich muss meine Beek wetten. Ich werde sie direkt in hier. Sure, whatever. Sure, whatever? Komm schon! All right. Maybe someone who wasn't so here and dear to your heart, then. The fuck? Ma! Scale of one to ten. What do you think? Ah! Slammin' mit Portion, right? What do you think? What do you think? Here, get a look. Fuck! 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 Nine, right? Help me! Maybe you're not high standard. No, help! Fuck! Help me, Bus! Hey, hey! Hey, hey! Some level! Oh! mal kurz hin. Beáh Pow! You might be allowed! Well, let me stay. Ugh, so many things areے viable in it. How long is that for the game to destroy you? That's not me. Oh shit, go! Ja okay, raus hier. Er nimmt mich, Russ, das ist ein guter Typ. Das ist mein bester Freund. Aua! Aua! Ja, easy geschafft. Oh, netter Typ. Mach du das doch! Na. Klar. Okay. Es ist in neutral. Just keep your head down. Dann verärgere dich auch jetzt. Dass der so gut schießen kann und den Reifen trifft. Und auch den auf der anderen Seite. Er hat wahrscheinlich hinten den Reifen getroffen, sah aber aus, dass er vorne den anderen auch noch getroffen hat. Jetzt ist es doch scheiße, egal ob der stirbt. Hier. Hier. Du kannst mich erst kümmern. Ich bin nicht kümmern. Du kümmern mich, dann werde ich dich kümmern. Oder wenn du erst kümmern willst, dann ist das auch okay. Ich kümmern dich. Du gehst erst. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Wäre doch gar keine Schuss irgendwann mehr drin. Ja, letztlich für uns würde das eh nicht gut laufen. Ich bin ganz ehrlich. Der kann ja gar nicht mehr treffen. Okay. Danke. Wir sind noch nicht fertig. Mal sehen, ob wir in den Rückgang kommen können. Wir sind auf diesen Scheiß. Seid mir. Aber das würde sich ja denken können, dass wir von da versuchen ranzukommen, oder? Mann, was machen wir? Wir müssen da rein kommen. Der Scheiß hat uns an uns. Russell, relax, Mann. Wenn das übernommen wird, nehmen wir was wir können. Gehen zu deinen Krams. Und übernommen wir eine große Höhle ins Krams-Kam. Okay. Also, hier. Also, wir sind eine große Höhle ausgerichtet, oder? Wher sind die Problem? Und wenn wir ein Schraubenzieher brauchen, da ist er. Not a fucking beep. I see him. Check through the window. See if there's anyone else. I think I saw a guy. No shit. Grab him. I'll cover you. Do I sneak up? Just jump out, Greg. Your goal. Okay. Aber als ob er das nicht wissen würde, dass wir da vorbeigelaufen sind. Das muss er ja sehen. Drücke und halt die linke Maustaste und bewege die Maus dann vorwärts. Bewege sie langsam. Hä? Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Maske. Was ist er? Fuck, wenn ich weiß. Er ist verrückt. Hast du schon hier gesehen? Russell, keine Ahnung. Du hast versucht uns zu töten. Wenn es geht, wir sollten dich auswählen. Bitte, einfach raus hier. Bitte, uns alleine. Was sagst du, Russ? Wir sollten uns nur die Leute zu töten? Wir hätten einfach sagen können, nö. Hätte auch einfach sagen können. Nee, danke. War ja ein guter Witz von ihm. Mensch. Haha. Richtiger Schenkelklopfer. So, das war Russell. Jetzt haben wir noch Bonnie und dann sind wir durch mit dem DLC. Nice. Okay, got one. A snake for a tongue. You're so bad at this. Would you rather have a snake for a tongue? Awful. Or lobster claws for hands. Can I control this snake? Or does it have free reign? Free reign. Well. I'm thinking. Think harder. And how exactly do you think harder? Good point. I'll think about that. Lobster claws. Nö. Think of all the crazy stuff you could grab. All I'm saying is, good luck finding a man if you have lobster hands. Good thing I'm not looking for one then. Okay. How about... Never mind. I probably oughta stop bugging you with stupid hypotheticals. Oh, come on. You'd be a lot less fun. You've been a lot more fun lately. Feeling better? I guess I am. Well, you sure do look better. Though, uh, you gotta admit anything is an improvement. That came out wrong. What I mean is... I mean, uh, you were... You were, uh, you know. You know, you're not perfect either, Mr. Lobster Hands. Maybe I should spend a minute listing off your flaws. See how you like it. Me? I ain't perfect? That's right. And you're older than dirt. Look. As long as you stay off that stuff, you can have all the flaws you want. I mean it, though. After we found you, you were still so hooked on that stuff. Well, I never thought you'd make it. You ain't out of the woods yet, I know, but... Well, you've come a long way, Bonnie. And I'm proud of you. Yeah, I'm a real poster child. I could see you on a brochure. Oh, like the ones at the dentist? Before and after, with the puffy face and the yellow teeth? Just look at her now. Look. You know I ain't going nowhere, right? As long as we're together, I'll be there for you. You ain't gotta worry. You know that, right? I know. I know. God, Leland. Thank you. Bonnie, I... Leland? Bonnie? Hey, honey. Leland? Ooh. I found us something. What are you two up to? Just chatting. Chatting, huh? What about? Oh... Well... Um... Lobsters. Lobsters? Well... Fishing. Figured it'd be worth a shot. For the food, you know. Leland, you hate fishing. That ain't totally true. And how many days you've gone fishing? What? I go fishing all the time. Thought you, didn't I? I am a catch. Don't I know it? I got you a present. Aww. You shouldn't have. What'd you find? I'll tell you later. I don't mean to interrupt your chat with your, uh, girlfriend, but, uh, we gotta get moving. Girlfriend? So, where'd you get the bag, Dee? Dee? What's in the bag, Dee? I told you, it's a surprise. Hey, Dee. When we get back to camp, would you let me borrow some of that nail polish? Sure, hon. You like this color? It's my favorite. And after today, I could use a new coat, you know? Same here. I feel like a drowned rat with these claws. Not to interrupt the girl talk here, but, uh, Dee, that's a rat. Look, I found it down the road a piece, alright? Where? Down the road. Some place off that away. Damn it, Dee. You gotta give us more than that. Quit being so cagey about it. Me? Cagey? You two are the ones being cagey. Calm down, Dee. Just tell us where you found the bag. You guys sure gang up on me a lot lately. Honey, that ain't true. Tell me one time you've sided with me in the last week. The last month. Alright. I can't remember one especially, but I know I have. Waltz. This is how all our fights go. Every time. Now we're standing here in the woods, soaking through, and for what? Don't you want to get to the camp before dark? I ain't the one who stopped, Dee. But you are the one who made me stop. Here regardless, we could just as easy carry on like this while we're walking. Oh, I've about had it with that attitude. Attitude? And now we're standing in this goddamn rain, in this goddamn middle of nowhere place. I know you did that on purpose. You listen to me now. I have had it up to here with listening to you. I ask you not to blaspheme. I can't believe you are still religious after what we've been through. My faith ain't something I wear like a fucking sweater. I don't just take it off when it gets uncomfortable. Bonnie, darling, I'm sorry we're- Darling? Dee, come on. Save it! I know what side your bread is buttered on. Yours, too. Dee, now's not the time. Whatever issues we got, we'll hash them out later. It's always later! I'm sorry. I just want to get somewhere where I can change my clothes, and then you and your girlfriend can- Oh, shit. Oh, no. Oh, God, run! Come on, we gotta move! What are you talking about? Oh, shit. Okay. Good. Chop! My favorite! What do you do? I'm sorry. It's just an empty mouth. It's a big mouth. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin tot. Ja, ich wusste nicht, wann ich wieder komme. Oh Gott, run, come on, we got to move. What are you talking about? Oh, warum hängt die Cam, Alter? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hymplums. Huch. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Mann, ey, jetzt hat der Hund wieder irgendeinen Scheiß gemacht. Raus jetzt! Frechheit! Mit einem Profi-Hunterarbeiten. Ach Mensch. Guck mal, der bringt da sein Mordwerkzeug gleich mit. So, hier. Ein paar Räder. Mann, oh, komm hoch. Oh, Scheiße. Die Rache der Taschenlampe. Jetzt geht's los hier. Die! Die! Leiland! Through here! Look! Goddammit! Die! Ah! Einfach schon noch zeigen. Oh, shit, wo sind Sie? Hä? Ich konnte mich nicht bewegen. Lass Sie doch einfach verrecken, ganz ehrlich. Ey, das ist eine dumme Passage. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Aber wird schon passen. I guess. Ey, es kommt wieder einer auf mich zu. Alter, was muss ich jetzt hier eigentlich machen? Erstmal. Muss ich einfach zur Seite, wo ich raus bin, oder? Ja, dann geht doch einfach wieder. Das sind die Dings, ne? Das sind die aus der anderen, äh, kleinen Story. Oh, Mama, watch over me. Okay, Bonnie. Stay calm. Find a weapon. Wird bestimmt gut funktionieren. Hä? Ja. Easy. Bisschen Make-up, dann geht schon wieder. Ich hab dich nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es, du. Wie soll ich wissen, dass es dich? Da... Da... Da war keine... Da... Da war ich... Da... Da... Da sah ich dich. Du... Du... Du hast... Du hast... Du hast... So, schon wieder. Gut, ich weiß gar nicht, ob man das machen muss. Man hätte auch einfach nichts machen können. Naja. Dann ist sie aus dem Weg. Ich habe ihn nicht gedacht. Ich glaube, du hast die Stolz. Gott, du bist. D, ich würde nie... Ich versuche, das hat nichts zu tun mit ihm. Es war ein Vergnügen. Du verdammt. Der geht's gut. Also, alles ist gar kein Ding. Jetzt haben wir hier... Komm. Ich weiß nicht, Bonnie. Ich weiß nicht, ich habe ihn so gesehen. Wie ist das passiert? Warum hast du mir nicht erwartet? Steff, du hast etwas gesehen? lehland komm jetzt ich habe es nicht zugehört dass er gesagt hat aber passt schon ich glaube ich All right, zusammenantworten. Geil. Aber warum war das Auge noch drin? Hätte das nicht weg sein müssen? Theoretisch. Hm. We're gonna try to make contact tonight. Great. Well, just be careful and use your best judgment. We're building a good community here. We want to keep it that way. Of course. Alle reinlassen was los. What should happen? I found him. Holy shit. Good job. Everything okay? So far so good. I'm gonna try to talk to him. Wish me luck. Yeah, good luck. Be careful. Don't try to force him into anything. Just get as many of them as you can. You got it. Hey! Don't you- Bits! Don't fucking move! Who the fuck are you? My name is Tavia. How did you find us? Where did you find us? Where did you find us? I found your note. I'm a scout for a growing settlement up north. We go out and look for survivors to rescue them. We have food, clean water and shelter for everyone. We're offering you a chance to help us out and start over. God, this sounds too good to be true, but I think it is. Bonnie, get real. Just because she says it's true doesn't mean it is. You should know about that. At least what I did was an accident. Hey, that's enough! I heard rumors about these places. This guy I was traveling with ditched me trying to find one on his own. He thought... You know what? Let's do this. She looks well fed, right? And clean? We could all use a meal and a hot shower. Hold up! We don't know what kind of people we're dealing with. I don't want to get stuck with some crazy asshole like Russell. I walked away from that shit, Wyatt. That dude was crazy in the dump street. Look, we need people. Plain and simple. And you folks can decide if you want to come as a group or split up or whatever. But I don't want to be out here in the open after dark. So in a few minutes I'm gonna be getting back in my car and on my way. Hopefully at least some of you will follow me. Chell, why are we even listening to her? She's obviously lying. Even if she's not, I think it's better to just keep on the move. Staying in one place makes you an easy target. I don't care how safe you think it is. That truck stop was a death trap. It was right off the highway for God's sake. No way you and a bunch of sick old people were gonna defend it. I don't like this, guys. We should just walk away. I don't trust you. Of course you don't, Russell. You don't trust anyone. I'm not lying to you. How do we know that? You don't. You don't have to come, but we'd be happy to have you. Guys, trust me. We need to get to this place. Well, it could be a trap. What if they want to kill us? Thank you. Everyone out there is batshit crazy. We've all seen it. Well, we turned out all right, didn't we? Relatively speaking. What are we gonna do? Eat you? Are you gonna eat us? No, that was a joke. I'm sorry. Well, maybe. Look, I know you guys are wary, and you have every right to be. You don't know me from a hole in the ground. And yeah, there are some crazy fuckers out there. All I'm here to do is make an offer. You can come with me, or you can stay here. The choice is yours. So, who wants to come with me? Yeah. I'm going. Oh, yes. Now the group is coming, right? Come on. I'm... I'm just not sure. We've been out here for so long and seen so much bullshit. But is it really worth getting our hopes up? Of course it is, Russell. Hope is all we've got left. But being smart, that's what's keeping us alive. It's a safe place for everyone. Criminal activity isn't tolerated within our walls, period. You don't have to worry about bandits or walkers or anyone else. We look out for each other. Is that clear? Yeah, clear. I don't know. I don't really believe in safe places. Not anymore. I know it's hard, but this is your only chance. We're not going to be out this way again for a long time. We understand. I think we've all made up our minds. Well, I guess we have our group. I think we have our group. What do you want to do with these? What do you want to do with these? If not all of them come, at least. This is a good thing. I know it is. Na, if she's saying. Then it's still. How do we know this will work out? I give you my word. From a person, the person you don't know, is that the best thing you can get. My God, ey. Du und 25% der Spieler haben Stephanie getötet. Ach, Dono. Ja, gut. Hm. Ach, guck mal. Sind wirklich nur die beiden mitgekommen? Die anderen drei sind da geblieben? Ja. Man kann, glaube ich, auch irgendwie alle mitnehmen. Aber wie? Ich habe absolut keine Ahnung. Ist auch egal. Das war 400 Days. So kleine Episoden. Blabla. Toll. Kann man nicht anders sagen.